Wenn ich den 3 kriege, ne? Maschallah. Leon Teichmann, Digga. Sie hat mir auch nicht zum Geburtstag gratuliert. Ne. Das ist frech. Genau. Dann sagst du halt... Dann sagst du, f*** dich, du Schlampe, Alter. Ja, genau, sag ich. Blas mir mal erstmal ein, bevor wieder hier irgendwas läuft. Dann sagst du dann. Dann sagt die, äh, ich hab das noch nie gemacht. Das ist okay. Du sagst, du musst einfach runter... Gehen, Alter. Ja, Teddy, wo bist du? Ja. Anton wird sauer. Hure. Oh, hat die Geilten, die hast du in 3, Theo. Jetzt bin ich gespannt, was man Weiger dagegen macht. Man Weiger muss was dagegen unternehmen. Bam. Ja. Erstmal schön, Gago One-Shot. Oh, oh, Theo, das sieht gar nicht gut aus. Oh, schade. Theo, wir gehen in Weiger 3, kann ich leider noch nichts ausrichten. Er geht in den 3, aber ist gar kein Problem, weil meine Andy wird gleich ein 2. Mein Andy kriegt jetzt ein Full-Item-Bild. Was sagst du dazu? Wichtig. Die kriegt einfach ein Full-Item-Bild, Digga. Vor allem, was ich brauche, Digga, ist eine fucking Nami. Ich hab noch keine Nami. Ah, eine Jena 2. Das lässt sich schon mal angucken, das Gerät. Scheiß mal auf Umstellen, man Weiger One-Shotted eh alles. Daddy, wo bist du? Hitlevel 7 in Rounds hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche noch eine Arie, eine Nami. Arie Nami, wo ich nur noch, das war's. Danke dir, Weiger. Oh, wichtig. Bam. Oh, mein Gott. Fuck, Digga. Oh, wichtig, Theo. Bam. Oh, TF. TF 2. Und eine Nami. Oh, mein Gott. Was?